Ja, dieser Primo hier hat Pech, der spawnt in der Mitte, der mit dem grossen Kopf. Er wird dann vom anderen Primo rübergeschmissen und revanchiert sich dadurch, dass er den Primo in die Mitte wirft. Und der wird dann erledigt. Wir haben den undankbaren Primo eben gesehen. Dass es auch anders geht, das zeigt der Nächste. Wir befinden uns natürlich wieder auf dieser Map hier. Bull diesmal der Unglückliche, der in der Mitte startet. Primo hilft ihm und Bull bedankt sich dafür, dreht sich dann und erledigt ihn eben nicht. Das ist natürlich Teaming, aber immerhin killt Bull jetzt den Primo nicht, sondern ist wirklich dankbar für die Rettung.